Schönen guten Abend, es begrüßt wieder für euch der Mark Dahm aus Oberhausen, freut mich wieder hier sein zu dürfen, zum vierten Mal sogar. Und ich weiß, ihr hört ja so gerne mal Krüger-Lieder von mir, oder? Und da habe ich auch direkt den ersten Titel, wo ihr alle mitgrönen, mitklatschen könnt, von 1980, der Nippel. Viel Spaß! Ich konnte gerade lesen, da kam er schon raus, fast alles ist von eingepackt, man kriegt es selbst nicht auf. Jetzt steh' hier am Würstchen, stand und schwitzt über den Kämpf, mit einer kleinen Tube, der die Senf wohl draus steht. Die müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da schalte vor das Pfeil und dann drücken sie dann auf und schon geht die Tobe auf. Und schon ist die Tobe auf. An der Autobahn reist, bitte, da hatte ich großen Durst. Es gab Automaten, doch das war mir ganz kurz, ich drückte auf zwei Knöpfe, da war ich auch schon nass. Halb voll Cola und halb voll Bier beim Weißkanose-Lampe raus auf der Stand. Menschen müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da schalte vor das Pfeil und dann drücken sie dann auf und schon kocht da auch n' Kaffee raus. Ich wusste mal ins Krankenhaus, beim Lichtern war das nicht. Die Narkose hat dich so gewährt, da hab ich mich geschreckt. Was ist die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen? Da schalte vor das Pfeil und dann drücken sie dann auf. Mal sehen, da geht der Bauschein auf. Ich hatte mal ne Freundin, ich bin noch nur ein Mann. Doch leider trug's gedacht, wir haben ein Kaffee sehr schlecht ran. Mein Mädel, wie geht denn das? Ich komme nicht mehr mit. Sie sagte, komm mein Junge, ich geb dir mal einen Tipp. Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da schalte vor das Pfeil und dann drücken sie dann auf und schon geht die Sache auf. Ich flog mal so'n Flugzeug, da fiel der Motor aus. Zündet so wie die Waldschirme und kam auch ganz gut raus. Draußen war wohl die Löwchen, hatte ich nur schon in der Hand. Und dann setzten las ich, was darauf stand. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da schalte vor das Pfeil und dann drücken sie dann drauf. Ich wollte es gerade tun, da schlug ich auf. Was ich, was ich überlebt hab, wird ja wohl verstehen. Jetzt steht hier vom Himmel vor, kann kein Mensch schon sehen. Komm, lass mich rein, denn ins Krieg und durch den Bild. Da sah ich an der Tür das folgte Schild und drauf stand. Sie müssen erst in dem Früh durch die Nasche sehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da schalte vor das Pfeil und dann drücken sie dann auf und schon geht die Himmel vor der Augen. Da schalte vor das Pfeil. Ich bin so schön. Da schalte vor das Pfeil.